hey leute und herzlich willkommen zu einer weiteren prickelten runde last man standing so wir sind im westen gespawnt und schauen wir das mal schnell alles plündern und weiterkommen die barriere wird nicht lange auf sich warten lassen so eine oz am anfang ist sicher geil sehr schön war hier noch was dann gehen wir zuerst hier ist nichts hier ist nicht im schicht schon einer die moment ja das war schon was kann die das ist sehr gut ich glaube ich konnte auf mich nicht sterben jetzt richtig kann aber nicht weit weg sein er muss bei dem gebäude da sein jetzt ist alles totenstill mal gucken auf die karte müssen wir laufen nehmen wir nicht wo ist er denn jetzt wird man auf die linken seite hinten das spiel nehmen wir natürlich mit das kann sein dass er jetzt weiter in die ortschaft reingelaufen ist jetzt haben wir dich und Schaltdämpfer auch geil. Ich finde das passt, das können wir gehen. Tschüss. Die Schaltdämpfer ist übrigens auch noch, ich glaube das ist mit den letzten Update gekommen. Da haben wir dich noch rauf, zwar ewig lang, aber passt schon, passt schon. Laufen wir überhaupt hin jetzt. Oh, da ist ein Häuschen, das ist allgemein. Da drin kam ich hier, da müsste ja alles tot sein. Laufen wir noch richtig und ein bisschen weiter rechts. Moment, Moment. Hä? Also passt hier einfach. Jetzt habe ich den Kompos falsch gelesen, dachte ich, ich laufe nicht zu sehen. So, wieder ducken. Ah, da hinten läuft er ja. Du Schlawiner, du. Der AK kann ich eh nichts anrichten auf die Anführung. So, jetzt ist die Frage, kam der von hier oder kam der von da hinten und lief da rauf? Da ist noch Loot. Oh Gott. Hat er selbst irgendwas sehen? Ja, da liegt auch noch, aber nicht viel. Ja, der wird sicher geblündet an mir. Muss ich laufen? Nein! Schon wieder safe. Na, ich nehme auch mit. Na, da gibt es Shotgun-Munition. Lassen wir hier. Dann haben wir hier eine Crypt-Keeper. Alter! Kaum weg mit dem Raketenwerfen, mit dem kann ich eh nichts anfangen. So. Dann wechseln wir mal den Schaltdämpfer. Natürlich geben wir den zuerst weg. Also dann haben wir hier schon. Oh, Baby. Oh, da muss man umstellen auf Einzelschuss. Na, aufpassen. Warte mal, ich muss doch die Dinge zu momentan. Distance-Grip kommt. Das geben wir auch noch rauf. Hier, da. Immer für die Verkampfhafte hergeben. So, Barriere ist eh gleich da bei uns. Ah, da hat er schon die gehört. So, es wird dann wieder hier vom Flughafen enden. Vermute ich jetzt. So, circa ja, hier. Kommt niemand? Sind ja eh nochmal 35 Spieler. Na gut, dann laufen wir weiter. So. Mal kurz umgucken. Mal schauen wir mal, ob der Typ da oben noch ist. Supply-Trobo kommt. Okay, der ist mein Flughafen. Da haben sie vermutlich schon ein paar eingenistet. Wird auch gleich direkt da hinlaufen. Dann abwarten. Und wieder Self. So, jetzt nicken wir ein bisschen. Na komm, geh rauf. Wir haben durch niemanden. Wo ist er denn? Der muss Dirk vor uns gewesen sein. Komm ich dann auf oben zu springen? Ne. Na wo ist er denn? Ich glaube der ist weiter gelaufen. Hier sind noch 28 Spieler. Habt hier jemanden? Ich bleib gesnickt. Weiß er nie. Kommt da oben jemand? Nein. Geht schon wieder weiter. Oh weiter unten. Okay. Hier sind zu wenig Bäume und Büsche zum verstecken. Da ist er. Wo war er jetzt? Weiß der Fadenkreuz könnte ruhig über dem Charakter sein. Das irritiert ein bisschen jetzt. Ich habe immer Angst, dass hinter mir noch immer kommt. So wir fahren. Ich werde drüber fahren, ob irgendwo ein Name auftaucht. nicht so. Ich verstecke mich jetzt hier immer kurz. Ach so sehe ich überhaupt nichts. Wo ist der Typ hingeladen? Was war das? War ich das? Nein der war das. Wo bist du? Wo bist du? Komm steh auf. Kleiner Lappen. Du alter Schwede. Der Heiter hat auch noch angerufen. So. Nächsten haben wir. So. Wie weit muss ich laufen? Okay. Weit muss ich laufen. Ja. Soll er schießen. Wenn er glaubt, dass er mich trifft. Wenn er glaubt, dass er mich trifft. Ah da unten läuft auch jemand. Er wird jetzt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Was mir jetzt gut in den Kram passt. So. Und hier müsste jetzt jemand kommen. Musik. Oh ich sehe gerade. 11 Spiele noch mehr. Läuft. Wo ist der Typ hingelaufen? Gut. So, safe? Nichts. Hey, wir sind schon in den Top Ten. Nichts? Oh, jetzt ist er da. Jetzt habe ich einen Granaten. Ah, okay. Der muss jetzt runterkommen vom Berg. Das gefällt mir schon besser. Wenn er hier runterläuft, dann hole ich ihn. Ah, komm. Jetzt fängt es wieder zum Ruckeln an. Ja, anscheinend kommt da aber niemand. Ähm, Stoff. Da oben läuft er. Oh, scheiße. Ich bin ganz safe. Boah, der auf mich schießen jetzt, oder? Bin ich auch noch nicht safe. Hier bin ich safe. Jetzt geht weiter. Fünf Spiele noch mehr. Komm. Ich steck mit dem. Ich steck mit dem holographischen. Da kommt er. Komm, scheiße. Wir sind zu langer gewesen. Jetzt war der Erste. Boah, die Runde läuft gar nicht mal so übel bis jetzt. Scheiß Busch. Drei Spiele noch mehr. Drei Spiele noch mehr. Hört eine Frage von wo er geschossen hat. Fuck you, Alter. Fuck you. Fuck. Das war... Ja, gut. Auf jeder Seite war einer. Fuck. Na gut, immerhin bin ich Dritter geworden. Das ist auch nicht so schlecht. Rippee bekomme ich. Uh, dritter Platz. Na, immerhin ein Level up. Alles klar. Na gut Leute. Ich hoffe, ihr habt die Folge gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch ein Like oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.